Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Twiki Towers. Das ist meine Revanche gegen die, ja, peinliche Niederlage vom letzten Mal gegen Swiki. Ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an. Und jetzt will die euch wetten. Ja komm, da ist Klapper, dann geht der mit der Schild. Das stimmt gleich da hin. Ne, der geht da hin, Junge. Alter, Rüstbäume. Der geht da rein. Das war dein Fehler, du hast es viel zu offensichtlich gemacht, Junge. Bei mir halt alles, wenn ich bin, stabil. So eine Stabil, wie eine Kaffel, Alter. Ja, ernsthaft? Sind Kaffel so stabil? Ja, stabil als Zuge, voll. 80er Bizeps, Junge. 80er. Alter, Alter. O, Guia, Guia, Guia. Du tust mir eingestellt den Z-Light, weißt du das? Oder so? Guckt ja manchmal an mir. los die ich glaube ich das verkrackst ja du glaubst du ich glaube ich könnte jetzt schon mehr stein herrn als du geh mal durch 1,2 scheiße die Ranken sind wirklich kann ich zielen du 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 der子 hat meinen abgebil nein hörst du einmal auf wieder einmal ne ne warte boah da wird ja nochmal einlisten ja was machst du jetzt急 was machst du jetzt ... was quest.. was jetzt ... was jetzt Ja, das war's. Den häng ich da an, Junge. Der hält dann aber Halle, Julio. Der ist hart, hast du mal gesagt. Willst du dir noch einen ranhängen? Ja, mach ich halt. Alter. NEIN! Jetzt hab ich verloren, oder? Ja! Hey! Du hättest einfach verletzen sollen, die einfach verletzen sollen. Ja, ich muss halt meinen Namen aller Erde machen. Ach ne, ich bin immer so gierig. Okay, jetzt heißt es aber Kontemplation, Junge. Kontemplation? Kontemplation! Boah, zum ersten Mal Vertiki? Was heißt das? Ja! Und du bist dann nicht verstanden? Was hast du jetzt trotzdem eingezahlt? Ich hab keine Ahnung. Ist das ein Mann oder was eigentlich? Ja, die Tricks, man. Die Tricks, man da. Ist das ein Renn noch oder überleben? Äh? Ist das ein Renn noch oder überleben? Äh, neap... So, so etwas man gegen den IH. So etwas, so... Ach nein! Nein, nein! Rush Modus! Rush Modus? Rush Modus? Das will ich nicht mehr sehen. Ich hoffe, dass ich nicht aktiviere. Das hast du mal. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Doch, da, da, da. Das ist aber toll, das ist richtig toll. Mir gefällt das. Neee, tschüss. Neee, tschüss. Oh, scheiße. Der Strubel ist gut, Alter. Der Strubel ist richtig viel. Bei dir so, bei dir nicht so, ne? Lupa! Ich setze was Falsche ein. Hä? Okay, Alter, musst du wieder in den Ballons schicken? Hörst du mich? Ja, ich hör dich. Ach so, ich dachte ja, ich wär gemütet. Nee, oder? Mann, ich krieg hier grad Aids. Du, der Falsche eigentlich ist nicht zu viel. Was, Eis? Bleib stehen, Eis. Alles klar. Okay, tschüss. Da kommt der Ende. Ey, der Scheiße Eis. Kommt der Ende. Jaaaa! Der untere Block war auch noch im Ziel. Ach so, ich hab mich schon gewundert, Alter. Jaaaa! Uh, er rumschafft sogar Modus-Meister, Junge! Er rumschafft Modus-Meister! Jaaaa! Das ist ja, das ist überleben, ne? Jaaaa! Ne, du musst nen Turm bauen. Okay. Was? Mach was immer so! Ach was! Jaaaa! Das heißt nämlich Tricky Lore aus. Schlicke Schnauers heißt das. Schlicke Schnauers. Jaaaa! Und? Wie geht's hier drüber so? Jaaaa! Alles cool! Und bei dir so? Jaaa! Also ich ziel grad zu meinen Eier. Nehm am Handy so. Weißt du was? Bitteschön! Oh, die kann ich glaub ich sogar hier platzieren. Jaaaa! Jaaaa! Perfekt, Alter! Also deiner hat eigentlich perfekt, weil er reinpasst. Die Wurstbergschicht. Das ist der große. Ich weiß, war auch so geplant. Wolltest du mir helfen? Ja. Will ich aber nicht. Dann denn nicht. Ja, dann nehm ich ihn wieder zurück. Ja, nächstes Mal. Weißt du was? Ja, komm da. Ich geh nochmal ein. Der soll eigentlich auch wieder passen. Ich weiß es wegen euch. Ich will dem Kleinen dir helfen. Oh scheiße. Oh crap. Jetzt hab ich aber glaub ich die Rede verpaut. Shit! Da hab ich aber was hart am Strugglen. Da hab ich aber hart am Strugglen. Bitteschön. Ja, passt sogar. Jaaaa! Genau der, den ich verzaubert hab! So ist das geil! Geht wieder in der Waage. Den scheißen! Der Strugglen ist grad hart real, aber hart real. Ich hab den Waage-Zeichen hab ich dir geschickt. Ich hab keine Ahnung was das gemacht hat, aber kann man machen, oder? Sogar das große Teil, was du mir geschickt hast, hätte noch irgendwie perfekt gepasst. Perfekt. Ich hab's grad. Ja, passt. Das ist so ein 50 Grad dick. Die Wasserwaage sagt, er ist grad. Wasser war gesagt, ich war wohl Bier drin. Oh nein, stimmt. Alter. Jetzt wollen wir mal klarkommen, was wir jetzt machen. Ähm. Turm bauen. Nee, ernsthaft? Jaaaa. Ey, die hellen gibt's nicht gedacht, du. Nee? Okay. Nee. Gut, dass ich's dir noch mehr erklärt hab. Ja, also, ich, ich weiß nicht, was ich ohne dich hier tun würde. Ohne mich bist du halt einfach verloren. Ja. So wie mein Gott. Weil du jetzt ein kleiner Spacki bist, ne? Ich bin immer ein kleiner Spacki, weißt du doch. Jaaaa. Eine kleine Spacki-Fressin. Jaaaa. Ich weiß nicht, wie ihr euch zu zahlen oder nicht. Wollen weg damit, Digga. Ich will hier einen möglichst stabilen Turm bauen. Das wird aber nix, Junge. Doch. Ich bin nicht so stabil. Stehst du stabil? Ja. Jetzt pack mich nicht ab, please. Doch. Oh, wer hat das schön wie gesagt, Alter. Das ist lecker. Das ist richtig lecker. Hab ich nicht recht? Nee. Ich hab immer recht, du Arschloch. Okay, den kann ich jetzt hier. Und, oh, ist das... Das ist so, so stell mir stabil vor heutzutage. Bitte schön. Ach man, du brauchst immer nur diese Lastendinger, ey. Ich krieg zu viel. Oh Gott. Was hab ich da gemacht? Daria fragt. Doch keiner weiß die Antwort. Oh Gott. Okay, ich will versuchen da hinzubleiben. Wow. Ja, ist klar. Blow. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So, ob das noch steht, was ich da bau? Kann ich mal umfallen hier? Ich will da nicht mehr bauen. Oh, ich hab ja beide. Wenn ich jetzt den da reinsetze und der steht, Junge. Danke. Genau auf die Höhe wollte ich wieder kommen. Jetzt ist es wieder gerade. Nein. Nein. Ach nee, das war die Taste, ich hätte zu viel. Okay, jetzt habe ich natürlich ein kleines Problem. Ey, also was ist denn das bei dir da? Easy, gut. Ja, mein Intel ist safe. Aber komplett. Das hat eine haarige Angele... Oh, und dann noch Rätsel, nein. Nooo. Glaubst du, das funktioniert? Ne. Das funktioniert jetzt schon. Als eigentlich ein gut gemaltes Rad von einem guten Freund. Fuck. Schau, was ich gemacht habe, Junge. Okay. Okay. Schnellstes Rätsel aller Zeiten. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was ist wirklich, bist du noch da? Bist du geraged, quittet? Ja, zaubern, ja. Okay, Leute. Diesmal konnte ich gewinnen. Was da am Schluss passiert ist, keine Ahnung. Ähm, schaut doch auf jeden Fall mal beim Streaky vorbei. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao. Ciao.